Es ist Frühling und wir haben bei unserem Spaziergang Vögel beobachten können, die baden. Buchfink, Spatz, Bühnfink. Und sehr ausgiebig und genüsslich, obwohl es kalt war. Also es war vielleicht 10 Grad oder so. Da sehen wir einen Erdhummel. Sie bauen ihre Nester gerne am Boden, so unter Moos. Manchmal benutzen sie auch verlassenen Mausgänge. Sie sind nicht wählerisch, sie besuchen fast alle Blumenarten. Ich kann mich erinnern, unser Schwager hatte einen Rasen und etwa vier Hummelnester im Rasen. Und dann hat er seinen Rasen gemäht um die Hummelnester herum. Dann gab es diese vier Grasbüschel, die noch hoch waren. Sie sind wirklich sehr wichtige Bestäuber. Und das ist ein Kratztistelrüssler, der da ganz genüsslich Polen frisst. Sie werden etwa vier bis acht Millimeter lang. Sie legen ihre Eier dann in diese Distelblüten. Schau mal, wie er das schön gehalten hat mit seinen Füssen. Hier sehen wir den Grössenvergleich von einer Biene. Keine Aggressionen, kein Futterneid. Aber dem Tistelrüssler wird das zu viel. Ja, und hier kommt ein Kapitel. Wir haben mit den Schmetterlingen einen kleinen Vertrag ausgehandelt. Er ist also nicht sehr gross, etwa 1000 Seiten. Und darin wird festgehalten, dass die Schmetterlinge unsere Gerätschaft reinigen müssen. Und das ist also einer von diesen Schmetterlingen. Das ist eine Kaisermantel. Genau. Wir haben ihm das mit dem Vertrag nochmals ganz deutlich erklärt. Dass er jetzt nicht hier auf der Blüte sitzen soll, sondern unsere Gerätschaft reinigen. Und er hat das verstanden, wie man hier sieht. Also jetzt reinigte er zumindest mal unser Auto. Schmetterlinge sind sehr, sehr unzuverlässige Vertragspartner. Sie trödeln gerne. Und wir haben hier eine Überwachungskamera eingerichtet. Dann weiss er, er ist beobachtet und er kann nicht einfach, wie wir auch während uns sagen, lauern, trödeln. Das ist ein anderer Vertragspartner, das ist ein... Ein Landkörtchen. Ein Landkörtchen. Auch ihm mussten wir wieder alles erklären. Also, sie sind irgendwie etwas widerwillig, widerspenstig, obwohl wir einen Vertrag haben. Auch er hat schliesslich verstanden und hier putzt er unsere Verlängerung von der Makroschiene. Er macht das schön. Jaja, wenn man sie beobachtet, dann... Aber ja, auch er trödelt wieder, oder? Ja. Die Hand war interessanter. Ja, ich denke, er hat bei mir... Ah, hier, die Überwachung funktioniert, ja? Ein Landfrei, er arbeitet noch. Und hier das Landkörtchen hat es auch verstanden und ist jetzt beim Fotoapparat. Aber die Scheibe vom Sucher reinigt er nicht. Und das wäre auf Seite 782, Absatz 2 wäre das ganz genau beschrieben. Sie sind etwas widerspenstig, diese Schmetterlinge. Die macht er gar nichts, er geniess nur das Leben. Ja, er sieht so aus. Aber der, ja? Der ist gleich. Wenn er weiss, er wird überwacht, dann... Doch. Und der stillt schon wieder Salz auf meiner Hand. Er hat behauptet, meine Hand gehöre zur Gerätschaft. Aber das stimmt nicht. Er stillt hier einfach Salz. Na gut, wir werden noch mehr von Ihnen sehen. Hier sind wir in einem von unseren... ...Habitaten. Mit ganz vielen Brennnesseln. Ja. Brennnesseln sind bei Insekten sehr beliebt. Und dies ist eine Prachtwand. Sie ist wirklich prachtig, ja? Sie ist sehr schön. Sie sagen, sie sei weit verbreitet. Aber wir haben sie nur einmal angetroffen. Ja. Sie hat auf dem Rückentanzer ein Hexagon, oder? Sie sind so aus, ja. Gut, andere haben ein Herz, ein kleines Herz. Sie ernährt sich von Insekten und Larven, oder von Blattlöwen. Aber sie kann auch Pflanzensaft nehmen. Sie ist etwa neun bis zwölf Minuten lang. Ja, verlassen wir die Wanze. Das ist unser Weg in die Zukunft. Und auf der linken Seite sehen wir das Schild. Das wird kaum beachtet, denke ich. Das ist eine Blindbremse. Die sind bei uns wirklich nicht blind, weil sie saugen an Rinden, Pferden und eben auch an Menschen. Aber das Weibchen braucht das Blut von Säugetieren, damit die Eier sich entwickeln. Ja, und wie wir sehen, die Schmetterlinge haben eine Vertragslücke ausgenutzt und sie haben Subunternehmer eingestellt. Und das war jetzt einer davon, aber dazu später mehr. Manchmal ist es uns langweilig, weil wir gerade keine Insekten sehen. Und dann finden wir auch eine Blume, eine Pflanze. Wir geniessen einfach das Leben. So wie die Söhne Hummel hier, wo sie arbeiten. Das ist wirklich eine spezielle, das ist eine Schmalbauchwespe. Sie sind eigentlich Parasiten, weil mit ihrem langen Stachel legen sie Eier in Nester von Wildbienen und die Larven fressen dann die Wildbienen. Wie eine Außerirdische, mit einer langen Manze. So, das wär's. Bis später. Bis dann. Vielen Dank.